Wenn die Leute einem zuhören sollen, dann reicht es nicht, ihnen einfach auf die Schulter zu tippen. Man muss sie mit einem Vorschlaghammer treffen. Erst dann können sie sich ihrer Aufmerksamkeit gewissern. Es sind die zwei Hasen, wir wurden Jahre erwartet. Götter im Untergrund und Battle so wie Hades und Ares. Und wer ist dieser Sean? Einsam und alleine. Ey, keiner will dich finden, du bist einer dieser Steine. Du hältst diesem Druck nicht an. Sieht man nach dem Battle deine Pussy, dann sieht man ne blutverschmierte Kruste an. Guck, du Punk bist wack und somit auch nicht wichtig, Mann. Du stehst auf Romantik und machst Kerzenlicht beim Wichs, Mann. Ist doch klar, du trägst keine Maske wie der Joker. Du hoffst auf die Ehe und trägst Kaufteil einer Burka. Dirty Pants. Und ihr wisst genau, wer hier gewinnt. Denn wir nehmen uns, was wir wollen, so wie Putin auf der Krim. Hure, ich bin King, du bist doch kein Gegner. Hasengruppe, Neger, Neger, Schornsteinpfleger. Unsere Runde perfekt findet jeder geil. Du uninteressant, Plätscher zu nebenbei. Freu dich zu Rackraps wie 90% der anderen Rapper. Wie sich das Ganze verbessert, zeigen wir. Wir halten das Niveau hier hoch. Du hörst nur unseren Beat und bist tot. Mir ist auch völlig glatte, wer hinter der Maske steckt. Scheiß auf Face, mir reicht sein Rap. Ich klicke den Spasten weg. Also lass sie an, schon ist so. Dann ziehst du sie ab, bist du noch immer gesichtslos. Back to the future. Blindheit, kein Schutz, ob versehen ihre Chance vergehen. Back to the future. Das ist Rap aus der Zukunft, es ist um schon zu sehen. Back to the future. Blindheit, kein Schutz, ob versehen ihre Chance vergehen. Back to the future. Das ist Rap aus der Zukunft, alles schon geschehen. Du hast 99 Probleme, doch sollst es mir nicht um Hilfe bitten. Denn so aus wie deine, würde ich nicht auf 5 Promille ficken. Du bist scheiße, komm her. Du willst n Fight, komm her. Sei mal leise, ich fick dich live, komm her. Suchst du deine Mutter, sagt sie, du bist nicht mein Sohn. Wart mal hier, ich geh mal kurz Kippen holen. Ja man, du bist Schornstein und ich bin jetzt der Sensenmann. Werd endgültig belegen, dass das Rauchen tödlich enden kann. In deinen Videos, so viele Szenen drin. Überdraubt deine Bewegungen. Huan Sohn, für deinen Künstlernamen hast du echt lange gebraucht. Doch er passt, deine Mom hat in der Schwangerschaft geraucht. Keiner hört deine Mucke. Bastard, du bist so Standard. Du siehst den Shit bei anderen, doch denkst dir egal, ich mach das. Und dann besitzt du Wichser allen Ernst. Noch die Dreistigkeit zu sagen, die anderen sei Standard, muss ja peinlich sein. Wenn du jetzt selbst erkennst, dass du scheiße bist. Ich tu dir nen Gefallen und zerreiße dich. Videos von Sean werden fix gemacht, hingeklatscht, nicht verkackt. Keiner will die Kamera tragen, du würdest ja die anderen fragen. Doch du hast keine Freunde, du kennst da ja gar keinen. Würdest du's deiner Mahl zeigen? Schmeiß die Licht aus dem Haus ab, in den Hasenbau arbeiten. Back to the future. Blindheit, kein Schutz, ob versehen ihre Chance vergehen. Back to the future. Das ist Rap aus der Zukunft, es ist uns schon gesehen. Back to the future. Blindheit, kein Schutz, ob versehen ihre Chance vergehen. Back to the future. Das ist Rap aus der Zukunft, alles schon geschehen. Mit der Chat von oben. Nae im Wasser, kommst du schlecht in WhatsApp. Die Licht aus dem Haus auf dem Haus. Der Licht aus dem Haus auf dem Haus. Die Licht aus dem Haus ist glücklich und Miller. Der Licht aus dem Haus. Und das ist das optimizing. Die Licht aus dem Haus auf dem Haus.